Damit wir auch wissen, wie können wir unseren Charakter verbessern. Du musst in Koran und Sunnah hereinschauen, die guten Charaktereigenschaften musst du dir aneignen und die schlechten Charaktereigenschaften musst du, musst du entfernen. Koran, Sunnah. Und frage Leute, Leute die ehrlich sind, die sich nicht nur bei dir einschleimen, weil du sie zum Döner essen einlädst, frage sie, wie oder was könntest du an dir verbessern. Das ist kein Problem, die Salaf haben das gemacht. Aber kommen wir nicht mit, das ist mein Charakter, der ist ebenso. Nein, das ist falsch und dieses ist überhaupt nicht gut. Warum? Weil wenn man es schafft, sogar ein wildes Tier zu zähmen, überleg mal, manche zähmen Löwen, manche zähmen Bären, das sind wilde Tiere. Das sind nicht Tiere, die in der Wildnis eine Freundschaft mit dir anfangen, das weißt du auch. Aber diese Tiere wurden gezähmt, dann sollst du es nicht schaffen, einen guten Charakter. Wozu die ganzen Aufforderungen im Koran und in der Sunnah, einen guten Charakter zu haben, wenn wir das sowieso nicht umsetzen können? Wo wäre da die Logik, oh Diener Allahs? Allah Azzawajal sagt, Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Bedeutet, wenn du das wirklich nicht erreichen könntest, hätte Allah Azzawajal dir das nicht auferlegt. Aber der Gesandte, Sallallahu Aleyhi Wasallam, sagte, Und wer sich darum bemüht, vom schlechten Abstand zu nehmen, schlechte Eigenschaften abzulegen, so wird er es schaffen. So wird es von ihm abgewendet werden. Und wer das Gute erstrebt, wird es auch erreichen. Deswegen kannst du mir nicht kommen und sagen, mein Charakter ist ebenso. Nein. Nein. Und höre diesen Unterricht. Zweimal, dreimal, fünfmal. Und verbessere dich immer wieder. Und verinnerliche, was diese großartigen Vorteile sind, über die wir geredet haben, vom guten Charakter. Du wirst eine ganz andere Stufe bei Allah, subhanahu wa ta'ala, erreichen. Und du wirst den Gesandten, Sallallahu Aleyhi Wasallam, näher kommen, als du es dir jemals erträumt hättest. GÜHR